Sehr wichtig ist uns auch die Regionalität, dass wir viele regionale Produkte bekommen. Wir haben sicher 70 bis 80 Prozent Lebensmittel aus regionaler Herkunft, viele hier Bauern vor Ort und das ist uns wichtig. Erstens die Zusammenarbeit mit den Bauern, es ist ein Geben und ein Nehmen. Wir gehen ja auch bei den Wanderungen über ihre Gründe durch ihre Wälder und dann ist das einfach für uns sehr wichtig. Wir nehmen natürlich gern in Kauf, dass die biologischen Lebensmittel auch einen höheren Preis haben, aber wir sind überzeugt, dass das der richtige Weg ist und wenn man solche Lebensmittel in die Küche bekommt, ist das natürlich die höchste Qualität, die man sich vorstellen kann.